Oho! Ups! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Das ist... Oh, das ist... Das ist ja knapp eng hier. Ich will wieder raus. Versteh ich das? Nee. Ah, jetzt bin ich ja hier. Warte, hier gab's doch auch noch ne Tür. Üüss. Nee. Wie kann ich den Kerl davor bewahren, vergiftet zu werden? Kann ich... Andere Idee... Ah! Ich blindfische. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ich hoffe, die Wache hat Schwierigkeiten, um die Nebenstraßen zu sichern. Ein paar Kinder, die spieren. Das ist alles. Der Hals da ist. Gut, gut. Und ihre Nichte Kalister, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen. Ich will versuchen, den auszulocken. Da ist die Rune. Oder? Ja. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar heimel ich nicht den richtigen? Der war es nicht. Fuck. Fuck. Scheiße. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Scheiße. Ich auch nicht. Erst stirbt eine Hube und dann dies. Ein Wein? Ein tyfianischer Roter? Danke. Nun, zum Geschäft. Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufmerksamkeit. Sehr heimige professionelle Damen. Moment. Jetzt machen wir es so. Beherrschung. Tödlicher Scham. Windstoß. Schattenangriff. Befähigkeit. Blutdurst. Vitalität. Ähm. Zeit verlangsamen. Machen wir jetzt, glaube ich, mal drauf. Dann kann ich in der Zeit vielleicht beide ausnocken. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und zehn Minuten später gibt es ihn. Ich will dich ausnocken. Jetzt. Scheiße. Okay, das war's. Verdammt. Eigentlich. Okay. Ja, gut. Ey, immerhin ist der noch. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Oh. Nice, nice. Oh Gott. Ein Fehlschlag von vorne bis hinten. Wie komme ich denn da runter? Wie? Wie? Ich will da hin. Aber ich verstehe nicht. Wie kam die jetzt auf mich? Wie ist ihr auf einmal angegriffen? Ist doch wahrscheinlich wegen dieser Scheißratte. Ist doch wegen dieser Scheißratte. Mann, oh. Ich wollte Campbell-Brandmark. Hier muss doch irgendwo diesen komischen Weg nach unten liegen. Au. Genau. Der Hals da ist. Lasst euch von mir nicht stören. Ich bin reich. Ähm. Ist dieser sichere Ort? Hallo? Äh. Was? Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist wohl. Das ist ja wo. Das ist ja wo. Und wie komm ich da unten hin?! Okay, ich bin still. Hoppla. Falsch. Das ist ja wo. Das ist ja wo. Das ist ja wo. Doppelfalsch. Nein, wir gehen. Ähm Boah, das macht mich erreich Essen, Essen, Essen Die hätte ich vorhin so gut gebrauchen können Ey, das wäre so toll gewesen Ohne, ohne Achso Ey, ich weiß nicht, was mit diesem Sound los ist Ich muss das echt nachher mal nachschauen Ja, mit unserer D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D So, das hier ist sein Geheimzimmer Ach, da geht es um den Swingern Will ich sonst nicht den an einen sicheren Ort bringen? Ich habe es ja selber gerade mal so geschafft Hierher zu kommen Ohne allzu viele Leute zu töten Hallo Soweit ich die Mission gemacht habe Ach, da liegt er Es braucht drei ACHT Ohohohoho Ohohoho Ohohoho ACHT Ähm Jetzt spare ich auf Die nächste Stufe vom Teleport. Der Hals da ist. Okay, wie krieg ich Campbell hier raus? Wie krieg ich den hier raus? Also ich kann mich ja teleportieren. Und wie ich jetzt erstmal hier raus? Der vorne auf der Treppe ist ja jetzt auch weg. Und das ist der... Warte, wie, wie ist der nochmal? Lorde... Ne, der Lord Regent ist das ja. Oh Gott. Scheißrad... Waren hier nicht mal Leichen? Hier waren Leichen. Wahrscheinlich komplett aufgefressen bereits. Krieg ich den da durch? Ja, geil. Nein. Hab ich die auch rausgesehen umgelegt? Ich höre, Stürm. Ach doch, Mann. Du spolzen. Nein. Oh, Mann. Nein. Nein. Es ist doch mir so leid. Ich springe da jetzt gleich mal runter. Ich springe da jetzt gleich mal runter. Das ist... Das gibt's doch nicht. Mann. Okay, die Mission ist... ...in jeglicher Hinsicht fehlgeschlagen. Alles, was nicht hätte passieren dürfen, ist passiert. So, Mann. Nein. So, Mann. So, Mann. Wahrscheinlich hätte ich vorhin das Ding auch schließen müssen, dann hätte der mich vielleicht nicht bemerkt. Oh Gott. So eine Scheiße. Ah. In den Hinterhof. Mann. 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 Wie mich das aufregt. Der Hans da ist. Ah. 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 Gute Nacht. Ach, kacke. Den da hinten hab ich gar nicht gesehen. Oh, ist das hier auch für ein alttraumhafter Ort. Wie, ich hab kein Kalt. Mann. Ich spiel hier grad wie ein Pro. Oh, mit dem Güter. Leck mich. Leck mich. Ich spiel hier. Der Hans da ist. Das ist das Knochen-Auto-Fuck. Ich will da hin. Ich will zu der Rune. Oh, leck mich. Ich spiel hier. Nein, du bist nur ein kleiner Husten. Du hast viel Seuche und du wolltest dich bei uns verbergen. Nicht deinen Augen, Brüdern! Nincisiung, Nincisiung, Nincisiung!